Heute möchten wir euch etwas ganz besonderes vorstellen, nämlich die drei besten Wasserdampfkamine. Wasserdampfkamine sind Elektrokamine, welche mithilfe von Wasserdampf ein besonders realistisches Feuer simulieren können. Drei von diesen starken Modellen möchten wir euch heute mal aus drei unterschiedlichen Preisklassen vorstellen. Wir haben drei unterschiedliche Modelle, die alle durch ihre ganz individuellen Eigenschaften und Funktionen überzeugen können. Bleibt also unbedingt bis zum Schluss dran, um alle Kamine kennenzulernen. Nach dem Video könnt ihr euch gerne noch über die Links in der Videobeschreibung zu den Kaminen informieren. Dort sind sie mit allen weiteren Infos, wie allen Kundenbewertungen und dem tagesaktuellen Preis verlinkt. Jetzt aber viel Spaß mit dem eigentlichen Video und auch schon dem ersten Wasserdampfkamin aus der Einsteigerklasse. Vorstellen möchten wir euch hier den Glowfire Kleist, ein Elektrostandkamin mit den Abmessungen von 80 cm in der Breite, 50 cm in der Tiefe und 90 cm in der Höhe. Er ist in drei verschiedenen Farbvarianten erhältlich und bietet eine starke Heizleistung für kleine bis mittelgroße Räume. Der Kleist besticht mit zeitloser Eleganz. Die klare und monolithische Linie verleiht dem Elektrokamin das gewisse Etwas. Das Feuer ist dreidimensional, wodurch ein dynamisches Flammenbild entsteht. Ein tolles Kaminfeuererlebnis, was in jedem Wohnzimmer für den passenden Wow-Effekt sorgt, wofür zum einen die drei verschiedenen Flammeneinsätze sowie auch der Wasserdampf sorgen, welcher ein realistisches Flammenspiel simuliert. In Kombination mit der realistischen Deko kann man das Flammenspiel dann kaum noch von echten Flammen unterscheiden. Die Flammenstärke ist individuell einstellbar, sodass auch unterschiedliche Lichteffekte erzielt werden können. Auch die Heizleistung des Glowfire Kleist lässt sich über diese Fernbedienung, die im Lieferumfang dabei ist, einstellen. Dabei ist hier auch ein Knister-Effekt, welcher in der Lautstärke regulierbar ist. Zudem verfügt das Modell über eine extra LED-Beleuchtung, welche für noch mehr Atmosphäre sorgt. Auch ist das Modell nach der Ankunft sehr leicht installiert. Er kommt quasi schon vorgefertigt und ist wie gesagt in drei verschiedenen Farbvarianten zu erwerben. Wenn ihr euch noch weiter zum Glowfire Kleist Wasserdampfkamin informieren oder das Modell gleich bestellen wollt, könnt ihr dies nun über den ersten Link in der Beschreibung tun. Bleibt aber auch unbedingt noch dran, denn zwei weitere Modelle möchten wir euch ja wie gesagt noch vorstellen. Und diese kommen beide vom Hersteller Möbelfeuer. Aus der mittleren Preisklasse möchten wir euch den Möbelfeuer Square vorstellen. Ein Elektrokamin mit rechteckiger Optik. Er überzeugt durch die Kombination aus Licht- und Nebeltechnik, wodurch er ein realistisches, dreidimensionelles Flammenbild erschaffen kann. Und das natürlich ganz einfach auf Knopfdruck. Die Front des Modells ist in Eiche aus Massivholz gehalten und in Kombination mit der schwarz eingefärbten MDF-Platte mit Glitzereffekt an der Außenhülle bietet es eine schöne Variante aus warmen Holz und edlem Schwarz mit Glitzereffekt. Ein Ultraschallvernebler lässt das Wasser in einem Behälter in den Kamin zerstäuben. Der Wassernebel wird über farblich abgestimmte LED-Lampen geführt, was eine besonders schöne Optik zur Folge hat. Durch aufsteigende Warmluft züngelt der Nebel wie eine Flamme nach oben und wird von den Lampen angestrahlt. Der Nebel wirkt dadurch wie eine echte Flamme, die aus ein wenig Distanz kaum noch von einem echten Feuer zu unterscheiden ist. In Kombination mit dem ebenfalls integrierten Knister-Effekt ist die Illusion eines echten Kaminfeuers hier perfekt. So ist ein einfacher und schneller Entspannungsfaktor ohne Großvorarbeiten möglich. Auch die Installation des Modells ist einfach in jedem Raum mit einer 220 Volt Steckdose möglich. Kein Aufwand also und auch nur ein geringer Platzbedarf hier für den Kamin. Eine Brennholzlagerung wird ja hier sowieso nicht benötigt. Ja, das Modell kommt mit den Abmessungen von 26x33x47 cm und ist damit recht kompakt. Passt sogar auf einige Kommoden oder Tische herauf und bietet so ein echt starkes Deko-Element mit täuschend echtem Flammeffekt und äußerst edler Außenoptik. Zudem wird das Modell noch mit einer Fernbedienung geliefert, an dem man sowohl die Leistung, die Beleuchtung und den Knister-Effekt einstellen kann. Alles weitere zum Modell über den zweiten Link in der Beschreibung. Ein drittes und letztes Modell möchten wir euch allerdings wie gesagt noch vorstellen. Und auch hier handelt es sich wieder um einen Wasserdampfkamin von Möbelfeuer. Und zwar hier um den Cube Black Diamond. Ein dekorativer Ambiente-Kamin mit ebenfalls täuschend echtem Flammeffekt. Im Vergleich zu der rechteckigen Optik des Möbelfeuer Square ist der Cube in einer quadratischen Würfelform gehalten. Der in Deutschland hergestellte Wasserdampfkamin bietet ein sauber und umweltfreundliches Kaminfeeling mit täuschend echtem Flammeffekt durch auch hier wieder die integrierte Wasserverdunstung. Der Wassernibel wird über farblich abgestimmte LED-Lampen geführt und durch die aufsteigende Warmluft züngelt er wie eine Flamme nach oben. Wobei er gleichzeitig von den Lampen angestrahlt wird. Der Nebel wirkt dadurch wie eine echte Flamme, die kaum von einer echten zu unterscheiden ist. Durch die schwarz eingefärbte und geölte MDF-Platte mit Glitzereffekt an der Außenseite bietet das Modell bei unterschiedlichen Lichteinstrahlungen sogar bezaubernde Glitzereffekte. Ein ansprechendes Modell also, auch wenn der Flamme im Effekt ausgeschaltet ist. Die Kunden sagen zu dem Modell unter anderem, extrem realistisch und einmalig. Mit Abstand das beste künstliche Feuer, was es auf dem Markt zu kaufen gibt. Eine andere Person sagt, unglaublich authentisch und schön. Das Möbelfeuer wirkt täuschend echt. Die Flammen wiederholen sich nicht wie bei anderen Varianten. Durch den Dampf hat man keinerlei Gestank und durch die Luftbefeuchtung auch noch ein sehr angenehmes Klima und keine Kopfschmerzen. Auch der Möbelfeuer Cube wird mit einer Fernbedienung geliefert, sodass dieser ganz bequem auch vom anderen Ende des Raumes zu bedienen ist. Alles weitere zum Möbelfeuer Cube über den dritten Link in der Beschreibung.